Ich glaube, es fühlt sich an wie Sommer, habe ich mal gesagt. Jetzt ist Sommer. Zeit, um wieder zu arbeiten. Ich arbeite in Holz, in Baumstämmen, die größer sind als ich. Dieses Volumen brauchen meine Skulpturen. Ich brauche den Platz. Klein und fein will ich nicht. Ich arbeite bewusst, schnell mit Werkzeugen, die keine Zeit zum Nachdenken zulassen. Motorsäge, Spraydose, Pinsel, Axt. Heute ist es wirklich anstrengend für meinen Körper. Es braucht immer etwas Zeit, bis man wieder bei der Sache ist. Auch mit dem Kopf. Symposium kann man das eigentlich hier nicht nennen. Es fehlt das Gesehen, das Geschehen, die Bildhauerinnen, das gemeinsame Arbeiten. Jetzt arbeite ich für mich allein. Keiner neben mir, der vom Sägen schwitzt oder vom Staub bedeckt ist. Manchmal kommt ein Huhn vorbeistolz hier. Ja. Hut, das bin ich, Theresa Glatt. Viel Spaß. Viel Spaß.